Heute bei Hour of Power. Erleben Sie einen weiteren großartigen Gottesdienst aus der Crystal Cathedral, bevor Sie die Gottesdienste von Hour of Power aus unserem neuen Gebäude erleben. Hören Sie großartige Musik von Tom Tipton und Daniel Rodriguez. Lassen Sie sich von Bobby Schuller und seiner Predigt das Geheimnis der Auferstehung für Ihren Alltag ermutigen. Hour of Power, die beste Stunde im Fernsehen. Hour of Power Hour of Power Hour of Power Hour of Power Hour of Power